Liebe Bewohnerinnen und Bewohner Neuhunschenhausen im Postletzter Bereich 13,59. Wir sind hier Ecke Grevesmühlner Straße, Klützer Straße. Es sind gerade die Bauarbeiten in Gange in der Grevesmühlner. Es passiert einiges in der Region. Es wird renoviert, es wird angepackt, es entstehen neue Dinge. Aber worüber wir auch reden wollen, ist natürlich über solche Brachflächen, über die Verkehrssituation, über die Schulplatzsituation, über viele, viele Fragen, die sie uns schon seit längerer Zeit auch mit auf den Weg gegeben haben. Und deswegen laden wir Sie ein zum Bürgerdialog am 11. Juni. Das ist diesen Freitag ab 18 Uhr, sich digital per Zoom zuzuschalten oder per Telefon. Dafür haben Sie diesen wunderbaren Brief im Briefkasten gehabt, um dieser Einladung auch folgen zu können. Wir freuen uns auf das Gespräch. Schön, dass Sie einschalten. Bis dahin, liebe Grüße, Ihr Danny Freimack.